Der 23-jährige Murtaler besuchte eine Veranstaltung im Bezirk Murau. Gegen 2.45 Uhr ging er auf der B75 zu Fuß in Richtung Oberwölz. Dabei dürfte er vom Pkw eines vorerst unbekannten Fahrzeuglenkers von hinten erfasst worden sein. Sämtliche Rettungskräfte konnten dem jungen Mann nicht mehr helfen. Er verstarb an der Unfallstelle. Mehrere Polizeistreifen fahnderten die gesamte Nacht nach dem fahrerflüchtigen Unfallbeteiligten. In den frühen Morgenstunden konnte schließlich ein 25-jähriger Murauer ausgeforscht werden. Spuren an seinem Fahrzeug deuten auf eine Unfallbeteiligung hin. Aufgrund der schweren Alkoholisierung des Verdächtigen sind die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Scheifling derzeit erschwert. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.